Yo, mein, mein, was geht ab, mein Mann? Wir haben ein paar Fragen an dich und wir hoffen, du beantwortest dich. Es geht das Gerücht rum, dass coolster Varsch für dich die Texte schreibt. Ist das wahr? Es gibt ja ein paar Tracks, wo Leute dich dissen. Was hältst du denn davon? Also glaubst du, sie sind neidisch auf dich oder was hältst du davon? Was halten deine Eltern von deiner beachtenswerten Rap-Karriere? Glaubst du, dass amerikanische Rapper wie Dutted Ray oder Eminem deine Musik hören? Denn von der Qualität und vom Rap ist ja wirklich auf einem ganz hohen Level und deswegen würde mich das schon interessieren. Und jetzt noch die allerletzte Frage. Sagen wir ganz ehrlich, ich habe hierbei den nötigen Swag. Ja, wir bedanken uns fürs Antworten und Peace.